Hallo Leute, ich zeige euch heute unser Klärenkrieg. Empfohlen ist mir die 10. Das ist, ja... Und ich greife auch die Nummer 10 an. Gleich. Jetzt greife ich es an. Hoffentlich schaffe ich es mit 2 Sternen, vielleicht. Aber ich glaube schon. Gut. Jetzt habe ich alle Riesen, alles eingesetzt. Ich glaube, 2 Sterne schaffe ich schon. Und wenn, 1 Stern ist ja auch schon gut, aber mit 2 Sternen ist es blöd. Aber, ja... Aber ich glaube schon, 3 Sterne. Da habe ich schon ein Riesen-Level 2. Ist ja auch gut. 1 Stern. 1 Stern. Jetzt kommt gleich dann der 2. Stern vielleicht. Magier und Boogie greifen schon das Rathaus an. 2 Sterne. Ja, ich schaffe locker 3 Sterne. Gut. Letzte Kanone. Von der Zeit schaffe ich es auch noch. Gut. Ich mache 3 Sterne. Ich habe gedacht, ich schaffe nur 2 Sterne. Obwohl, 3 Sterne sind viel besser. Ja, ist klar. Aber, gut. So, der hat noch in den Ecken. Muss ich schauen, wenn ich doch noch 3 Sterne schaffe. Ja, ich glaube schon. Boogies sind ja schnell. Okay. 3 Sterne. Und, ja... Das war es auch schon wieder. Ich zeige euch jetzt auch noch mal meine Kleine. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Das wäre toll. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich spende auch viel. Das sieht man hier. Und, ja... Mit bei Marcel Dragon, das bin ich hier. Habe ich jetzt noch nicht so viel gespendet. Aber... Dominik spendet am meisten. Mattel spendet viel. Marcel spendet viel. Ja, wenn ihr vorbeischauen wollt. Wäre sehr nett. Und... Ciao. Abonnieren nicht vergessen. Oder ein kleines Like. Ich werde es auch immer noch aosoi- vacher. Und, ja... Untertitelung des ZDF, 2020